Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Granny Smith. Erstmal ein bisschen leiser machen hier. So, ja, spielen wir mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier. Ah, genau, wo können wir denn hier machen? Ok, Difficult Hard. Machen wir Hard? Ne, erstmal leisig. Ja, erstmal weiterspielen hier. So. Jumpen. Ah, endlich wieder Wochenende, ey. Ah, schon den ersten Opfer verpasst, ey. Da kann ich schon wieder kotzen, ey. Ja, los. Salto. Sicher. Voll realistisch. Einfach mal so ein Salto mit so Rollerbray, Blades, Disco Blades oder wie die heißen machen. Nein, komm. Ach, ist klar. Können wir schon mal vergessen, ey. Boah, was ist denn jetzt los, ey? Ne, 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 ne. Das müssen wir nochmal machen. Das geht so nicht. Ich spring zu. Boah, was ist denn da jetzt? Das mache ich mal gar nichts. Das schreibe ich nur so aus. Ah, ok, das klappt. Besser. Ja, zum Glück. Ja, Sigi. Boah, ein bisschen so wüchsen, ey, ey, ne? Boah, ja, besser geht halt doch gar nicht. Ich bin Meister. Ok, eine Bildung ist auch eine Bildung, aber trotzdem. Ja, Sigi, so geht das. Unfall. Ja, ja, ja. Ich glaube, was ich bald auch anfangen werde, zuletzt werden muss Minecraft Pocket Edition. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das gleiche. Na, weiß. Ja, Sigi, bin der hier. Ich bin der Omi, ich kann nichts. Was? Hey, ne, wir haben keinen Fun. Wir wollen nicht bewerten. Schneller! Juhu! 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 Ja, und das können die, das können heutzutage die älteren Menschen, das können die so. Juhu! Oder Soltos? Müsst ihr mal eure Omis fragen. Oh! Konnt es einlassen. Nein! Oder fragt mal eure Muttis, vielleicht gemiedert oder nicht, der Weiß, Tee. Was ist denn das für einen, warum verfolgen wir den ganze Zeit nur, weil er uns Äpfel geklaut hat? Da stolpern wir über so Plastik-Schweine, kann doch nicht wahr sein. Ja ey, direkt mal neu starten. Boah, vergissen, ey. Boah, riecht mich das Spiel gerade schon auf, ey. Boah, riecht mich da. So, nochmal an die Saale tun. Ein Apfel, er kann doch schon wieder nicht wahr sein. Schneller! Drehung und loslassen. Ach, siehste, siehste, siehste. Oh, ey, das geht sogar. Wie geil, was hat denn? Können Hauen so, da wird der langsamer. Wie geil. Ah ja, Sack, wieder am Ziel, ne? Ah, ok, neun Charakter, wo können wir das denn machen? Ah, ok, Stanley, 500? Ah, sollen wir den kaufen? Wie kriegen wir den? Ja sicher, 3 Äpfeln ein Level oder was? Hm, ich weiß nicht, sollen wir den kaufen? Ja komm, kaufen, ist ja egal, nehmen wir jetzt mal Stanley. Ah komm, wir sind keine Pussys hier, difficult hard. Ach so, ne, 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 dann machen wir wieder normal. Irgendwann wieder vom Anfang machen müssen, dann machen wir nochmal. Ja komm, ok, der sieht ja lustig aus. Ja sicher, im Kopf stecken geblieben so fett wie der ist. Das ist aber geil, der Charakter. Ok, Sprung und... Ach, scheiße, jetzt hätten wir ihn loslassen müssen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir ihn kriegen, bevor der uns ein Apfel klaut. Ach, wir sind schneller als so normal. Ach, wir sind schneller als so normal. Ach, wir sind schneller als so normal. Ja, wir sind schneller als so normal. Ach, wir sind schneller als so normal. Ich bin am überlegen, vielleicht mache ich auch sowas, dann teste ich einmal eine Woche so Apps, stelle die so vor und bewerte die dann so dazu, also sage ich mal eine Meinung zu diesen Apps. Weiß ich nur nicht, ob ich das machen soll, wie das ankommt und so. Also quasi Netz-Test-Apps oder so, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wie so ein Opa, ach der ist ja einer. Der wird zwar gut. Und alle lachen so. Voll auf die Fresse. So, Sprung. Okay, da wird schon der Bildschirm dunkler. Äh, keine Ahnung, warum der jetzt super wird. Vielleicht automatische Helligkeit oder sogar. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Bumm bumm. Sack. Ja, durch alle Häuser, Garten, Häuschen auch noch durch. Ja, sieht ja, so einfach geht das, ne? Joa, ich glaub das war's schon wieder. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Granny Smith.